Hallo, ich bin mit meiner Familie in Burtenkabel an der Nordsee und wir sind hier in der Spielscheune und ich habe gedacht, ich zeige euch mal einige Farben. Das war hier zum Beispiel ein gelben Ball. Gelb, das zeige ich so. Oder Rot, das ist ein blauer Ball. Da mache ich die Wellen, die haben wir nach unten. Grün, das zeige ich so, ist das Glas, das sich bewegt. Und dann haben wir noch Bratsch, Bratsch und hier ist noch ein weißer Ball, weiß. Das alles sind bunte, bunte Wellen. Bunt. Tschüss.